hallo leute und herzlich willkommen zu einer weiteren folge bus simulator ja moment nein ach ja scheiß drauf hör einfach musik alter gehen wir doch nicht um nervt du otto hallo so jetzt habe ich den faden verloren wegen dir ja wie gesagt nicht wundern ich sitze immer noch immer noch in dem elektrobus hier will die route natürlich jetzt nicht noch mal fahren aber ich habe nämlich was anderes vor weil wir kommen hier an unserer busstation vorbei und hey dann will ich das schon direkt mal ausprobieren hier mit dem aufladen des busses tor brechen wir jetzt einfach mal ab so und dann hat er mir ja gesagt ich muss den bus hier hinstellen um das fahrzeug sicher aufzutanken oder aufzuladen ziehe die feststellbremse an das fahrzeug muss ordentlich in der jeweiligen bucht geparkt sein feststellbremse aber was ihr müsst ja mal alle raus was war die feststellbremse scheinlich aber auch jetzt keiner ich glaube die feststellbremse ist drin ich hoffe es zumindest mal so und jetzt muss ich sehen hier irgendwie aufladen oder was oder lädt er jetzt wie funktioniert das also grün ist es als ich jetzt hier noch checken muss ist verbessere sicht in dem sie die regen ja ja wir machen scheibenwischer an und wir machen parkgrenze rein ah ja hier der bus lädt gerade trofe erhalten ein schritt zur rettung der erde oder wie auch immer nice ich lade meinen ersten elektroboss auf nach 700 jahren ach guck mal da oben fährt so ein ding raus krass aber klar ja cool aber das ist auch erledigt war dann können wir ja hier aus aus dem bus so die leute steigen jetzt eh alle aus oder irgendjemand scheint ein tu das weil du kümmerst nicht so oder so um nichts mehr weil die route ist beendet das war rote vier die wir durchgezogen haben so das heißt die ist fertig die kann gelöscht werden und tschüss keine kollege nämlich die route easy peasy mal jetzt ähm ne nicht die route den bus auf entspannt einpacken so was haben wir hier für eine route sechs haltestellen 600 zahlroute zwei die rote hier fehlt da auch noch was welche haltestellen gehören denn da überall zu ach du scheiße die ist bei 10 die ist bei 5 die ist bei 7 ja moin ja die werden wir vielleicht erst mal nicht nehmen so was haben wir hier route 3 welches die denn 22 haltestellen ja das ist äh nein die nehmen wir nicht würde ich sagen ah warte mal jetzt müssen wir mal was gucken hier wir haben doch hier noch die aufgaben ne befördere zwölf gäste nach millbrook oha ja gut okay das ist klar und was haben wir hier noch zehn fahrgäste in die nail research aufnehmen da gehören die dazu welche halb welche route ist denn das route 5 ja dann fahren wir die mit dem alexander dennis die ja viel vielen dank wiedersehen zieht die direkt durch schau rein scheiben mich alles an geiles wetter ne läuft so jetzt muss ich erstmal rausfinden warte mal wo die zimmer denn jetzt hier bei welcher haltestelle wir müssen jetzt zur 7 uah vielleicht mal vor mich gucken inestreet inestreet oh da sind wir doch schon jawoll so hier geht es darum warte mal in welchen stadt da bin ich denn jetzt in valley springs valley springs haben wir schon auf 5 tschüss ah hier guck an hier ist auf 3 oh gott die ist auf 1 alter schwede die auch ja moin die auf 3 hier auf 2 die auf 3 alter schwede oros harbour hier ja moin komplett totalschaden der stadtteil naja gut okay egal haben wir was zu tun oros harbour müssen wir hier aber noch richtig hart leveln ich hoffe nur dass wir jetzt auch die anderen halt die anderen ja doch müsste ja eigentlich ne war ja nur die eine nieder von daher müsste es ja passen schauen wir mal hey komm mal der ne fährt hier rechts und dann fängt ihn da links abzubiegen voll der Asi so hier sind wir doch schon am eukalyptus drive jawoll und die alterstelle kann man gleich ausbauen welcher ist denn das hier oh jawoll auf stufe 5 finde ich gut noch eine fahrkarte kannst du haben Moment warte mal drücken die nanny research gehört die dazu einmal normales ticket trifft genau dann ein wenn er es beabsichtigt genau so sieht es aus du hast es erfasst boy danke eine fahrkarte bitte einmal wochentwickelt bitteschön danke gerne wartet was wir hier nochmal kontrollieren wow hier ist ja gar keine Sau drin hallo junge frau können sie mal den Regenschirm hier zumachen hier drinnen regnet es nicht ist die dumm das bringt Unglück weißt ja ne so einmal hier rum der Bus zieht auch schon besser durch hier ne der Alexander Dennis der AD gleich den Bortschein mitgenommen Alter ist halt ein Pisswetter und was ist denn hier los jawoll rote Ampel hey guck mal da ist jetzt ein Kollege 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 Kollegin irgendwas und weiter geht's solange er mir jetzt nicht im Weg rumfährt ist mir alles gut alles egal das ist denn hier gelandet so wo muss man lang da auf geht's naja das ist gar nicht meine alte Stelle merke ich gerade die wird wahrscheinlich auf dem Rückweg irgendwie angefahren oder was alter hallo so nein ich bin nicht am Anfang sie haben sich verwendet ja tschüss ich weiß nicht der eine doof der da immer anruft ne der sollte unbedingt am Ende mal fragen ob die entweder zu doof ist ihm die richtige Nummer zu geben oder ob sie ihm einfach nicht die richtige Nummer geben will so so auch diese Haltestelle kann ausgebaut werden auf 8 jawoll so den Nelly Research jawoll das haben wir schon mal warte mal noch 8 Fahrgäste kann ich bitte eine Fahrkarte haben natürlich wenn du so freundlich fragst kriegst du alles also fast alles danke bitte einfache Fahrgarten bitteschön danke gerne schauen wir nochmal noch 5 Fahrgäste jawoll geht schneller als man denkt sehr schön als Kind bin ich überall hin gelaufen jetzt tue ich lieber den Bus bisher so alt als Kind kann es nur noch laufen als Rentner manchmal nicht mehr so Millbrook Square West das hat hier auch ein bisschen so ich hätte gesoffen würde ich sagen ja gehört das auch noch zu den Nelly Research ich weiß es gerade nicht ich glaube ja komm hier oh da sind 5 Leute was wo wir uns jetzt hängen geben ah echt jetzt genau völlig so sieht das aus wiedersehen kommt rein hier kommt alle 5 ich brauche euch die Twinstar hallo hallo hier hier bitte ja na klar jeder ein Ticket na dann so ach wir sind in Millbrook verdammt aber wohl warte mal da müssen wir auch noch was machen noch 10 Fahrgäste befördern okay kein Problem kriegen wir hin kriegen wir hin stimmt deswegen hatte ich hier deswegen hatte ich hier auch alle Haltestellen hier angetickert damit wir das hier schnellstmöglich erledigen ja gerne kein Problem bei dem Regen ist er jetzt hier durch die Windschusscheibe gegangen bis dann tschüss schön dass wir alle aussteigen komm rein hier ich brauche eine Fahrkarte ich brauche eine Fahrkarte das hat auch noch bitteschön danke gerne und weiter geht's und ab nach ist boah so zu fahren ist eine Katastrophe ne also ihr seid doch gerade erst eingestiegen warum steckt ihr jetzt schon wieder aus so rein hier komm ich brauche eine Fahrkarte hier muss ich raus dann steig aus geh weg danke gerne eine Fahrkarte bitte ein Machinente-Ticket bitteschön nein was ok das verstehe ich auch nie so wie sieht's hier aus noch ein Fahrgast brauchen wir jawoll ein einziger noch komm der steigt jetzt hier ein ich weiß gar nicht was wir dann kriegen warte mal ich guck mir das mal vorher noch eben an für Farbe gelb wow juhu wir haben eine neue Farbe vollgeschaltet yay nice ja aber das doch schon mal wenigstens erledigt ne 1 nice gibt's hier eine neue Aufgabe hier die was ja die haben wir doch schon was sollen das Indigo Hill da haben wir auch noch eine Aufgabe ich glaube ja da können wir bald hier wieder neue Farben und Lackierungen machen da unten ist noch eine Aufgabe war hier nicht auch noch irgendwie eine Aufgabe irgendwas mit einem Doppeldecker Bus ich glaube die ist raus ne kann das sein aber warum ich die hier nicht Mission annehmen hä ich verarschen die hatte ich doch angenommen Mann ich könnte jetzt wirklich chinesisches Essen warum kann ich die Aufgabe hier nicht annehmen Frage für nen Freund egal oh was war das denn Corino Avenue Corino Avenue geht er weg Hallo tut mir leid ich komme etwas später so warte mal die musste noch ihre Haare ah jetzt die musste noch ihre Haare waschen bei dem Wetter aha geil die Aufgabe ist dafür da dass wir die Farbe grün kriegen nice das lohnt sich ja nicht ne egal scheiß drauf viel wichtiger sind die alten Stellen die wir leveln müssen wobei da könnte ich ja eigentlich auch mal gucken dann das mach ich aber nicht jetzt dann könnten wir ja theoretisch die Route ändern weil dann können wir ja hier ähm dementsprechend die Stadtteile rausnehmen wenn die Haltestellen da alle durch sind dann kann man das ja machen ne ich brauche eine Fahrkarte ich brauche eine Fahrkarte zack bitteschön danke gerne eine Fahrkarte bitte oder auch mal auch wieder danke dass hier manche hier immer so schnell glücklich zu machen sind wenn man denen noch nicht mal das komplette Restgeld wiedergibt ne das war ja gut finde ich in Ordnung ne das passt schon komm ich schon mit klar aber auch mal und für mich in den Bus wo ich das nicht verträgt so oft damit oder fahr keinen Bus ich weiß nicht was schlimmer ist wenn die auf den Sitz pinkelt oder ob zum Bus pust hier ist da kann ich mich noch nicht so ganz entscheiden was schlimmer ist so ist man hier richtig ne so man nicht Wollt ihr hin? Check. Hau rein. War auch mal Wille ins Kino. Will jemand mit? Ich fahr euch. Kein Problem. Komm, jetzt hier durch. Wir brauchen alles rein und messen. So, ist das in meiner alten Stelle? Die sieht gut aus. Hä, warum? Zeig mir doch... Wow! Digga. Okay, der will nicht fahren, oder nicht? Der hat mir doch jetzt hier... Ach, wir müssen... Alter, was stimmt bei dir nicht? Was machst du da? Junge, Junge, Junge. Jo, es wird aufgehört zu regnen. Ah, ne, halt. Was ist denn hier für ein Lärm? Macht ihr da hinten Radarlimbo so? Warum zeigt ihr mir eigentlich Haltestelle 2 an, wenn ich Haltestelle 1 anfahren muss? Das ist doch nicht quatsch. Na gut, muss man nicht verstehen. Aber wir können die Haltestelle ausbauen, das ist doch schon mal was. Juhu, auf Stufe 2, oh nee. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte wollen sie auch noch hier. So, bitteschön. Gerne. Diese Woche brauche ich mehr als eine. Da, da noch. Nein. Einfache Fahrt. Bitteschön. Danke. Gerne. Ich brauche eine. Oh, Oma. Dein Ernst? Ich muss hier noch ein Screenshot machen. Geh weg. Komm hier auf, ganz schnell. Zack. So, haben wir das auch erledigt. Ey, ich hänge hier fest. Ich kann mich nicht bewegen. Ähm, hallo? Ich hänge an meinem Bus fest. Kann ich mich irgendwie drucken? Alter, willst du mich verarschen? Ich hänge an dem Außenspiegel fest, oder was? Ja, moin. Alter, ich komme hier nicht mehr weg. Ich hänge an meinem scheiß Bus fest. Ja, geile Sache. Ah, okay, dann nicht. Dann machen wir hier jetzt eine kürzere Folge draus. Dann müssen wir haben, die Folge hier leider dann anderes mal beenden. Äh, die Folge, die Route. Ich werde mal hingehen. Das war auch noch nie passiert, ne? Der ist ja auch noch Außenspiegel hängen geblieben. Ich werde mal, geh mir mal aus der Sonne da. Ich bin ein Vorto mal. Äh, ich werde mal hingehen und werde hier, äh, wahrscheinlich die Route mal ändern. Obwohl, so viel brauche ich hier gar nicht ändern, weil wir müssen ja in die, in, 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 in die Go Hill immer noch was machen. Aber wir sind ja so in Auras Harbour, also von daher, naja, werden wir schon hinkriegen. Egal. Neue Farben haben wir bekommen, ist doch schon mal was. Bald haben wir alle Farben. So, warte mal, kann ich hier irgendwie drauf? Ne, ne? Schade. Fällt der auch noch mal los? Wahrscheinlich nicht. Egal. Ich beende jetzt hiermit die Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr wisst, wie es funktioniert. Bewerten, kommentieren und natürlich auch gerne ein kostenloses Abo dalassen. Vielen Dank dafür. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann, äh, schauen wir mal, welche Halte stellen wir noch so leveln. Also hier müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen ran, ne? In Auras Harbour. Kriegen wir aber alles hin. Ich bedanke mich und sag mal, bis demnächst. Ciao, ciao.